Haspa Talsperre. Rundgang an der Haspa Talsperre. Direkt hier an der Haspa Talsperre gibt es ein schönes Speiserestaurant, hier Haus Plessen, ganz alt und bekannt, ist aber glaube ich jetzt hier irgendwie seit kurzem unter Neuleitung, frisch renoviert und so wie ich gehört habe, soll es auch gut schmecken. Stimmt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wir wollen ja hier nicht dem Falschen zusprechen. So, wir sind hier nochmal in der Hospital-Sperre. Im Hintergrund ist das Gebäude von der Firma Dorma, also Bürogebäude. Die Firma Dorma, wem das jetzt nicht sagt, das ist eine Firma, also wellführend für Türschließsysteme. Guten Tag. Und das höchste Gebäude der Welt in Dubai, das haben die auch ausgestattet. Ja, das ist auch ein großer Bericht in der Medien. Sehr gut. So long. 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 Musik Hier sagen sich doch eine Fuchs, oder? Musik Musik